Einen wunderschönen guten Tag zum ShopOnLife-Ratgeber, der allererste ShopOnLife-Ratgeber. Vielleicht machen wir doch den einen oder anderen mehr, man weiß es nicht. Aber jetzt erstmal dieser Ratgeber, und das ist ein ganz wichtiger eigentlich, hier geht es darum, ins Forum zu kommen. Hier steht es ja schon unten eingeblendet, da unten irgendwo Schritt 1, Nickname finden. Und das ist, glaube ich, auch schon der einzige Schritt, den wir machen müssen, denn es dreht sich alles um den Nicknamen. Ihr habt irgendwann mal bei der Registrierung, also ganz egal, ob ihr euch bei GamesCampus direkt angemeldet habt oder noch von Gamigo kommt, ihr habt einen Nicknamen in eurem Profil eingetragen. Dafür müsst ihr euch eindocken erstmal auf unserer Homepage. Die Homepage kennt ihr alle, shoponline.eu, ganz einfach. Und dann habe ich jetzt hier schon mal einen Account erstellt, der heißt Beispiel-Account, wie ihr hier seht. Ich habe den Passwort gegeben, das ist natürlich ein GamesCampus-Account, und da könnt ihr euch einloggen. Also ihr gebt hier die Daten ein, wie ihr euch auch im Spiel einloggt. Ihr wisst ja, wenn ihr das Spiel aufmacht, dann gebt ihr eure Daten ein, euer Name steht meistens schon da. Und dann gebt ihr noch euer Passwort ein, das macht ihr hier auf der Homepage auch. Und dann loggt ihr euch ein. Und dann lädt sich die Homepage neu, und ihr seid eingeloggt. Ihr seht, hier oben steht euer Name. Dann habt ihr hier Profil, Guthaben, Heldenpunkte, Gutschein einlösen. Die drei letzten Punkte, die klammern wir jetzt mal aus, die sind nicht wichtig, zumindest gerade nicht. Und dann geht ihr auf euer Profil, denn im Profil steht euer Nickname drin. Also das ist ganz wichtig zu wissen, wir haben einmal Nutzername, das ist der Accountname quasi in diesem Fall. Den benutzt ihr, um euch auf der Homepage einzuloggen, auf der Webseite, oder im Spiel einzuloggen. Dann haben wir den Nicknamen. Der Nickname unterscheidet sich davon. Also in dem Fall, es kann auch derselbe sein, aber in dem Fall ist es ein anderer. Da habe ich ganz kreativ, wie ich bin, Accountbeispiel genommen. Also Beispielaccount ist der Accountname, der Nickname ist Accountbeispiel. Und das ist auch der Name, wie ihr ihn braucht, um euch ins Forum einzuloggen. Den da oben vergessen war komplett. Den brauchen wir nicht fürs Forum. Wir brauchen den Nicknamen. Das ist ganz wichtig. Als Passwort gilt weiterhin, dasselbe Passwort, das ihr gewählt habt, um euch eben ins Spiel einzuloggen oder auf die Homepage. Das könnt ihr dann auch fürs Forum benutzen. Und dann gehe ich mal hier ins Forum rein, logge ich mich mal eben aus. Und dann seht ihr, hier oben könnt ihr euch einloggen. Und da geben wir dann mal ein. Wir erinnern uns, Nickname war Accountbeispiel. Und den benutzen wir jetzt hier auch. Accountbeispiel als Passwort geben wir dann auch das Passwort ein, wie wir uns im Spiel einloggen, wie ich gerade schon erwähnt habe. Ich lege dann meistens noch die Box hier an, damit ich mich nicht jedes Mal neu einloggen muss. Dann gehen wir auf Anmelden. Und schon sind wir im Forum. Ganz einfache Geschichte. Jetzt sind wir da. Und jetzt können wir auch anfangen zu schreiben, wie man im Forum schreibt. Das, denke ich mal, lässt sich auch immer ganz leicht herausfinden. Gehen wir jetzt hier mal zum Beispiel in den Off-Topic-Bereich rein. Da kann ich auch mal was schreiben, ohne gleich vom Chef Ärger zu bekommen. Und dann gehen wir mal in die persönliche Traumrunde rein zum Beispiel. Hier posten Leute ihre Traumrunden. Und dann sagt er hier, der ist Starscream, er hat eine gute Runde gehabt. Dann schauen wir, er hat tatsächlich eine gute Runde gehabt. Und dann können wir hier unten schreiben, super Runde. Am besten mit einem kleinen U. Gehen wir auf Antworten und schon steht unsere Antwort da. So einfach ist es mit dem Forum. Wir erinnern uns, hier, Nickname ist gleich Forumname. Das immer im Kopf behalten. Das könnt ihr euch als Mantra vor dem Schlafengehen nochmal einsagen. In euer Nachtgebet mit einschließen. Und dann habt ihr das auch ganz schnell raus. Nickname ist gleich Vorname. Nickname ist gleich Vorname. Nickname. Ihr wisst schon, auf was ich hier raus will. Ja, das war eigentlich schon alles. So leicht ist es, sich ins Forum einzulocken. Und so leicht ist es, hier am Forenverkehr teilzunehmen. Mehr erfahrt ihr vielleicht in einem kommenden Ratgeber. Oder eben auch nicht. Mal sehen. Macht es gut. Gut, Holz. Und ja, immer eine Handbreite Gras unterm Golfball. Oder was auch immer man sagt. Tschüss.